Der FC Hitze geführt heute ein 40-jähriges Jubiläum. Für den Anlass braucht es auch eine Sicherheit. Dafür dürfen wir hier zuständig sein und für die Sicherheit schauen. Wir sind zuständig für die Parkdienstschau. Jedem Event braucht es Parkdienst. Es ist wichtig, dass Verkehr geregelt ist. Dass es natürlich kein Chaos gibt bei den Parkplätzen. Man sieht, da ist wirklich alles schön geordnet und parkiert. Wir sind auch zuständig für die Eingangskontrollen, Zutrittskontrollen beim Event. Je nachdem, was der Kunde wünscht, ob man eine Personenkontrolle macht, Ausweiskontrolle. Jetzt bei diesem Event ist Ausweiskontrolle verlangt. Wegen dem Alten natürlich auch im Alkohol. Unsere Unterstützung. Wir unterstützen natürlich auch Erste Hilfe. So wie es geht, natürlich auch unterstützen. Wir sind natürlich auch hier ausgebildet. Wir machen das auch natürlich. Aber wenn es wirklich ein Extremfall ist, sind wir froh, dass Samariter hier ist. Wir sind fast eigentlich Hauptsache jedem. Alles dabei, die Samariter. Und wir hatten auch Fälle, die sie uns gebraucht haben. Auch unsere Unterstützung, um etwas zu helfen. Für uns ist das Event eigentlich sehr gut, wenn es keinen Zwischenfall gegeben hat. Und wenn der Veranstalter natürlich auch zufrieden ist. Und heute geht es schwer davon aus. Es ist alles in Ordnung. Und der FC Hitzegeich hat in Ruhe. Und ohne Probleme können 40-Jährige über Leon feiern. Und den Abend geniessen können. Und der FC Hitzegeich hat in Ruhe. Und der FC Hitzegeich hat in Ruhe. Und der FC Hitzegeich hat in Ruhe. Und der FC Hitzegeich hat in Ruhe.